was geht freunde grüße und willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal und ihr seht schon richtig 94 plus spc freunde heute wird's scheppern ich werde das viermal machen zweimal auf dem main account und zweimal auf dem zweiter account lasst gerne like da abonniert den kanal und lasst ein follow bei instagram da und wenn ihr auch streams mögt am samstag oder sonntag jetzt wieder in die weekend league auch twitch abchecken da würde ich sagen fackel ich gar nicht lange wir gehen rein in die picks da werde ich ab und zu verdecken wir verlassen uns da schon methoden einfallen ich habe bock aber erst mal muss ich die spcs natürlich machen okay freunde ich habe jetzt bis jetzt zwei mal abgeschlossen auf dem main account die spieler hier übrigens könnt ihr alle ziehen diese ganzen 99er karten werden so gg christiano ronaldo wirklich so feiern wap habe ich ja schon aber ja wir gehen rein ich würde sagen das erste pick verdecken wir so wie beim video mit sito gestern wo ist das bild kingsley command bring mir glück bruch bring mir glück ich drücke x erstes pick geht auch ich verdecke meine augen auch ich drücke r3 und der erste spieler ist ein putti sehe ich im augenwinkel das ist kapte via den habe ich schon kapte via den habe ich schon freunde war und jetzt r2 die maria 97 ich hatte schon voll vergessen er ist die maria ich mich sogar ein bisschen drüber die maria die maria benfica reuss habe ich auch schon r2 dies ist aber gg's ich habe auch viele shapeshifter gesehen bei vielen freunde ich nehme grießmann einfach für dings weil ich den typen liebe die maria 97 ja grießmann freu ich mich sehr drüber und jetzt eben jetzt zweite pick auf main account und das machen wir einzeln aus freunde ich bin gespannt bild aktivieren jetzt muss ich auch komplett hier so verdecken drücke x öffnet sich ich drücke r3 und jetzt muss ich auf die stats gehen so glaube ich wieder gecheckt so jetzt sieht man die stats jetzt gucke ich mit euch zusammen einzeln 94 physis 66 verteidigen 95 haben diese werte schon nicht so obwohl das sieht gut aus und dies ein wach ist ja man city freue ich mich schon dann haben wir noch 83 60 wer ist das show auch gg's jaden wer ist der letzte hier 90 physis 91 92 mascherano mein gott ich dachte kurz wegen der werden ach du scheiße ach du scheiße boah albares oder sancho freunde da gucke ich kurz wie teuer die sind ok freunde albares kostet 650k sancho weniger ich habe auch geguckt die maria kostet zwar eine million grießmann 400k oder so aber freunde ich liebe grießmann einfach und ja die maria jetzt ähnlich gespielt bin ich ehrlich auch wenn er rechter flügel ist ich suche da wen aber da haben wir jetzt inzwischen andere karten ich freue mich über grießmann und albares ok freunde wir sind auf dem bayern to glory account das öffnen wir ohne lange faxen zu machen und let's go ja kien habe ich bei keinem bis jetzt gesehen aber sonst in meinen vier puttys also shapeshifter echt oh freunde ich habe gerade zweimal auf aufnahme gedrückt deswegen pausiert aber ich sehe den ersten spieler schon ihr zum glück noch nicht ggs lasst gerne ein like da abonniert diesen kanal freunde und schreibt unbedingt in die kommentare wenn ihr hattet aus diesem pick also bis jetzt geisteskrank und der erste ist nämlich oblaque 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 zack jan oblaque dann drücke ich mal r2 putinio bayern zu glory ok bis jetzt werde ich save den nehmen dann zeigt mir den nächsten jj jj okoccia hä wie toll ist der muss ich erstmal abchecken einen moment ja ok freunde wäre es oben okoccia kostet 65k also ich dachte der ist geisteskrank der letzte komm gönn noch so 99er neymar cr7 irgendeinen anderen 99er rashford 98er gönn jetzt von fernandes machst du nix wir nehmen continuo für die bayern zu glory ggs und in dem sinne haut rein und ciao ich habe geографische bis dahin knurken du 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 attending Untertitelung des ZDF, 2020